Willkommen auf dem Kanal. Heute schauen wir uns den Samsung Odyssey QLED Monitor an. Ich bin schon gespannt, wie der sich so schlägt, weil das doch ziemlich ein beeindruckendes Stück Technik ist. Pack'mas also! Also fangen wir mal mit dem Äußeren und den Anschlüssen an. Dieser Monitor hat eine echt stabile Bildschirmhalterung, die man drehen, neigen und in der Höhe verstellen kann. Perfekt ums ganz nach deinen Wünschen einzurichten, egal ob du ihm stehen zockst oder gemütlich im Sessel sitzt. Und wenn's noch nicht reicht, kannst du dank der WESA-Standard-Befestigung auch andere kompatible Halterungen dran machen. Da haben die wirklich mitgedacht. Der Samsung Odyssey QLED ist ein echtes Prachtstück. Mit seiner 5120x1440 Dual QHD Auflösung hat der Monitor ein ultraweites Bildseitenverhältnis von 32 zu 9. Das ist so breit, dass es quasi wie zwei 27 Zoll QHD-Displays nebeneinander ist. Das bedeutet für dich mehr Details, mehr vom Spiel und einfach ein breiteres Sichtfeld. Die HDR 1000 Unterstützung mit einer Maximalhelligkeit von 1000 nits lässt die Farben richtig lebendig wirken und mit der QLED-Technologie von Samsung kriegst du Farben, die im DCI-P3-Farbraum fast perfekt sind. Das ist echt ein Augenschmaus. Mit AMD Radeon FreeSync 2 HDR wird's noch besser, weil das die Bildverzerrung und Verzögerung reduziert, was beim Zocken echt wichtig ist. Die Bildwiederholrate von 120 Hz sorgt außerdem dafür, dass alles schön flüssig läuft und du kannst sie auf 60 Hz runterregeln, je nachdem was du gerade brauchst. Für die Gamer unter uns hat der Monitor auch spezielle Modi wie den Game Mode, der die Bildqualität je nach Spielgenre optimiert und einen Modus für niedrige Eingabe-Verzögerung, damit deine Reaktionen blitzschnell sind. Mit dem Virtual Aimpoint ziehst du schneller an als deinen Schatten. Und wenn du mehrere Sachen gleichzeitig machen willst, hilft dir die Picture-by-Picture-Funktion ohne Qualitätseinbußen zwei Quellen gleichzeitig anzuzeigen. Für die Augengesundheit gibt's den Eyesaver-Modus und die Flicker-Free-Technologie, damit du auch nach Stunden vorm Bildschirm keine müden Augen kriegst. So kannst du echt lange Zocker-Sessions halten, ohne dass es streng wird. Jetzt zu dem, was andere Leute so sagen. Ich habe mir die Kundenrezessionen angeschaut und für dich die Pros und Kontras zusammengefasst. Beschwerden. Halte Klammern brechen leicht. Gefällt den Kunden. Sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Aufbau sehr einfach. Bildqualität toll. Anschließend einfach. Farben sehr kräftig. HDR arbeitet gut. So, das war's schon mit meiner Rezession zum Samsung Odyssey QLED Monitor. Vergiss nicht, dass du in der Beschreibung unter diesem Video Links findest, wo du den besten Preis für dieses Gerät kriegen kannst. Hast du noch Fragen oder willst deine Erfahrungen teilen, dann ab damit in die Kommentare. Wenn dir das Video geholfen hat und du mehr solche Inhalte sehen willst, dann zögere nicht unseren Kanal zu abonnieren. So verpasst du keins unserer neuen Videos. Wir bis dahin, bleibt gesund und viel Spaß beim Zocken oder was immer du vorhast.